Willkommen auf dem Modellfluggelände der MSG Hornberg. Hier sehen Sie meine Pilatus Porter mit 8,5 Kilo und 2,70 Meter Spannweite. Mit 35 Kubikzentimeter schraubt sie sich senkrecht in den Himmel. Wir machen einen kleinen Seitensprung und gehen auf das Modellfluggelände der Schonacher. Durch ihre Wendigkeit kann man sie auch in ziemlich engen Kurven fliegen. Mit einer Tankfüllung kann man ca. eine halbe Stunde fliegen. Für diese Maschine braucht man allerdings eine große Landebahn. Eine Unebenheit bringt sie durch ihre Federung schnell zum Hüpfen. Hier ein Beispiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020